Die Sehnsucht nach dem Mystischen Was ist Mystik oder mit was beschäftigt sich der Ausdruck Mystik? Mystik aus dem Altgriechischen kommend, mystikos, geheimnisvoll, zu Mund oder Augen schließen, bezeichnet Berichte und Aussagen über die Erfahrung einer göttlichen oder absoluten Wirklichkeit, beziehungsweise eben dann auch Wahrheit, sowie die Bemühungen um eine solche Erfahrung. Warum haben die heutigen Menschen oft diese Sehnsucht nach dem Größeren, nach dem auch nicht Durchschaubaren, nach einer Offenbarung, nach dem, was sich zeigt, was besonders ist, wo nicht gleich jemand kommt und sagt, das kann ich dir erklären, warum das so ist. Das ist vollkommen erklärbar, das ist logisch, das ist durchschaubar, das ist nachvollziehbar, damit ist es vorhersagbar. Warum begegnet uns diese Sehnsucht immer wieder? Und warum laufen die Menschen dieser Sehnsucht hinterher, vielleicht in manche Pseudo-Religionen hineingehen, Spiritualitäten, kommerzialisierte Esoterik und so weiter? Also diese Sehnsucht nach dem Großen, Nicht-Erklärbaren, Nicht-Menschlich-Durchschaubaren, natürlich in einer fragmentarischen Techno-Krypto-Welt ewig über uns sich ergießende, rationale Erklärung und Schlussfolgerung. Manchmal scheint es, dass die Menschen das satt haben, diese ständigen Erklärungen und Belehrungen und damit eben auch die Anmaßung einer Wissenschaft oder dieser Wissenschaften, zu sagen, wir haben die Deutungshoheit, wir können dir alles erklären, du musst nur zuhören, du musst nur zuschauen, du musst es lesen, studieren. Wenn wir an dieser Stelle nochmal ein Zitat nehmen von einem berühmten Philosophen, Ludwig Wittgenstein, der sich natürlich auch mit der Mystik beschäftigt hat, dann sagt Wittgenstein, Mystik rückt jenseits der die Welt abbildenden Logik amethodisch, Achtung, amethodisch, an die Grenze des Sagbaren, nämlich an das Schweigen. Dann nämlich, wenn der Gedanke vom Wie der Welt umspringt, auf deren Das geschieht dem Bewusstsein des Denkers, so Wittgenstein, etwas Mystisches. Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie überhaupt ist und dass sie sich immer wieder offenbart und zeigt als Wunder. Die Lösung des Rätsels des Lebens in Raum und Zeit liegt außerhalb von Raum und Zeit. Ein weiteres Zitat, das Wittgenstein zugeschrieben wird. Zu einer Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nicht aussprechen. Wenn sich eine Frage überhaupt stellen lässt, so kann sie auch beantwortet werden. Gehen wir zurück zu unserem Artikel. Das Nicht-Erklärbare. Ständig werden wir berieselt, kann man fast sagen, mit Studien, noch einer Studie, einer gegenteiligen Studie. Und für diejenigen, die ein bisschen durchblicken, fällt sehr schnell auf, dass ich in einer Studie das beweisen kann und in der nächsten Studie das Gegenteil beweisen kann. Oder fast das Gegenteil beweisen kann. Die eine Studie macht jene Aussage und die andere macht diese Aussage. Also alles bleibt dualistisch. Eine letztendliche Wahrheit gibt es auch auf logischer Ebene nicht. Wir hören alle von Neurotransmittern, von Scans, von Genetik, von Epigenetik. Alles ist logisch erklärbar. Selbst das Seelische. Und das ist der Gegenstand dieses Audios oder dieses Curriculum. Selbst das Seelische ist logisch erklärbar und damit nachvollziehbar und eben auch vorhersagbar. Machbar, durchschaubar, planbar, programmierbar. Dieses Leben scheint schal geworden zu sein. Oder es läuft immer wieder in der Gefahr, schal zu werden, ewig vorhersehbar, damit manipulierbar, substituierbar. Du läufst als Mensch heutzutage, könnte man den Eindruck haben, in einem kompletten Programm. In einem Programm, das wissenschaftlich für dich bestimmt ist und in dem du durchläufst. Die Seele ist nicht mehr ergriffen von etwas Größerem und den rein menschlichen Erklärungen ausgeliefert. Also die Seele, unsere Seele, was auch immer das ist, sicherlich kein Substrat, ist eben den rein menschlichen Erklärungen ausgeliefert. Egal, von wem sie postuliert wurden, diese Erklärung, ob von Sigmund Freud, von der Verhaltenstherapie, von der systemischen Therapie oder Gott weiß woher. Und damit haben wir einseitige Erklärung. In dieser konstruierten Logik. Ich betone an der Stelle nochmal konstruierte Logik. Denn Logik ist letztendlich auch nur eine Scheinlogik, eine scheinbare Logik, die sich auf tönernen Füßen befindet. Zu erklären auch an dieser Stelle oder zu bemerken an dieser Stelle respektive, das ist ja nicht nur Wissenschaft, die uns zu erklären versucht, sondern das sind vor allen Dingen auch verkirchte Religionen. Ich nehme mal diesen Neologismus, verkirchte Religionen in Form der Kirche. Also dieses Gebäudes der Kirche, dieser vor allem Institution, dieser Hierarchien mit all den Gurus und all den Klerikalen und all dem. Mystiker, weil wir hier es von der Thematik mystischem haben, wurden von ihren Religionen sehr häufig teilweise bitter verfolgt und ausgemerzt. Wenn wir so ein bisschen in die Geschichte hineingehen. Auf der anderen Seite sind wir als Menschen auch einer kommerzialisierten Esoterik ausgeliefert, die uns etwas Mystisches verkaufen will, erklären will, wiederkeuend auch oft erklärt, von dem abgeschrieben ein bisschen, von dem anderen etwas abgeschrieben und so weiter. In einer materialistischen Welt wird also die Sehnsucht noch stärker und immer stärker nach dem Mystischen. Oder ist es nicht die Sehnsucht? Ist es vielleicht die Gewahrwerdung? Da ist noch etwas anderes, etwas anderes, das eben nicht typischerweise so oder so erklärbar ist. Ist das vielleicht der Grund für Pervertierungen, für Seltsames, für Aggressionen, zunehmende Aggressionen der Menschen? Ist tatsächlich alles kontrollierbar? Ist alles machbar? Aber zurück zu der Frage, zu der Kernfrage. Was ist das Mystische? Was ist das Mystische? Die plötzliche Ergriffenheit von einer bestimmten Atmosphäre zum Beispiel. Du gehst an einem Sonntagmorgen durch die Gegend und plötzlich merkst du, das ist etwas Besonderes heute. Es ist etwas Einmaliges. Hast du so noch nicht erlebt. Sondern eben diese besondere, spezielle Atmosphäre. Oder eine Geburt. Oder einen Sonnenuntergang. Also im Grunde genommen auch all dieses Unvorhersagbare, das dir im Leben immer wieder begegnen kann und das dir geradezu immer wieder passieren kann. Alles im Einklang, dieses Gefühl des Einklangs, der Besonderheit, des Geschenkes. Nicht vollkommen durchschaubar, sondern empfindbar. Du kannst daran teilnehmen und du bist Teil davon. Aber du kannst dir nicht absolut einen Reim daraus machen. Du nimmst daran teil. Das ist das Wichtige für den Menschen. Er ist Teilnehmer dessen. Also auch gemeinter Bestandteil dessen, was da gerade mystisch passiert. Du fühlst dich umfasst, geliebt, gewollt. Wegen diesem Moment hat es sich gelohnt zu leben. Wie oft sagen wir das? Wegen diesem Moment, der jetzt gerade passiert ist, den ich jetzt gerade erlebe, hat es sich gelohnt zu leben. Und wenn es allein dieser Moment gewesen wäre, es hätte sich tatsächlich gelohnt. Das alles kann stets und überall geschehen. Das kann schön sein, unheimlich schön sein, geradezu unheimlich schön. Das kann Nominos sein, dieser Ausdruck ist interessant, Nominos, göttlich, gestaltlos. Magisch. Wir haben uns vielleicht zu sehr an die Bilder gewöhnt, an die Bilder, die ständigen Abbildungen, die tagtäglich um unsere Augen geschleudert werden, in unsere Augen, durch unsere Augen und Sinneswahrnehmung. Gewöhnt. Wir sind zugeschossen von der Abbildung. Zugeschissen, zugeschossen. Ist mir egal, wie du es sehen willst. Sodass sie uns zum Hals heraushängt. Es ist zu viel. Wir sind reizüberflutet. Diese ewige Sehnsucht nach den fehlenden 70%, die wir ganz gut definieren können in einer modernen Physik. Nicht nur in der Quantenphysik. Diese 70% dunkle Energie. Energie, Energie, aber nicht durchschaubar. Nicht sichtbar, nicht messbar, nicht darstellbar. Wir versuchen krampfhaft, das ewig Unsichtbare sichtbar zu machen. Die Werbung. Denke mal an die Werbung und an diese elektronischen Geräte wie Handys und besondere iPads und all diese Geschichten für die magischen Momente gemacht. Für die magischen Momente, die du festhalten kannst. Was für eine Sehnsucht verbirgt sich dahinter? Alles entsteht mystisch gesehen unerwartet, aber in der ungezwungenen Offenheit für das Unbekannte. Es entsteht unerwartet, aber tatsächlich in der ungezwungenen Offenheit für das Unbekannte. Mystisch ist Erhabenheit, ist Energie, ist Verbindung. Bei deiner Mutter am Sarg, vielleicht hast du dich das mal getraut, dich zu deiner toten Mutter zu setzen, als sie da vorne in dem Sarg lag. Ich meine jetzt nicht aufgedeckt unbedingt wie in manchen Religionen oder Ritualen, sondern da einfach nur so in diesem Raum. Das Unfassbare, das Unfassbare, das du nicht erklären kannst, geschieht plötzlich. Das kann beim Fahrradfahren geschehen. Immer, wenn du mit allem bist. Immer, wenn du das Gefühl hast, mit allem zu sein oder mit vielem. Offen. Es will berührt werden. Es ist unprätentiös. Oder, du bist verzweifelt, untröstlich. Es gibt keinen Ausweg. Du machst weiter, trotzdem weiter. Gibst dich hin und es passiert, ohne dass du es willst, ohne dass du nach Erlösung schreist. Es passiert einfach. Es geschieht. Wunder wollen auch beachtet und erkannt werden. Mystisches ist auch Wundervolles oder Wunderbares. Aber diese Wunder wollen beachtet und erkannt werden. Denk an das Verliebtsein. Für uns als Menschen etwas ganz Wichtiges. Das Verliebtsein, der erste Kuss, ein neuer Kuss, eine neue Frau, ein neuer Mann, ein neuer Kuss. Vielleicht der Grund für das überfüllte Single-Such-Dasein in der heutigen Zeit. Vielleicht ist das gerade so eine Spekulation, die mir einfällt. Vielleicht ist das der Grund für diese überfüllten Single-Börsen im Internet, um immer wieder neu anzufangen, neu verliebt zu sein, den ersten Kuss zu haben, diesen möglichen neuen Kuss zu haben, diesen Menschen in dieser mystischen Erfahrung der Begegnung, der ersten Begegnung, des vollkommen neuen Unbekannten, das zu ergründen, zu erriechen, zu belecken und all das zu erfassen, zu berühren, diese Sehnsucht nach Berührung, das ist ja etwas Mystisches. Immer wieder. Also könnten wir sagen, auch an dieser Stelle der Trieb ist mystisch, die Lust, unsere Lust als Menschen ist etwas, sind etwas Mystisches. Die Stille. Immer wieder die Stille, das Nicht-Tun, aber trotzdem präsent sein, nicht einschlafen, nicht faul sein, die Offenheit, das Vertrauen, sich fallen lassen, die Hingabe. Irgendwie scheint die heutige Welt schizoid gespalten zu sein, die Rationalität der Intellekt als neue Macht. Die Emotion ist eine Technik, ein Dreh, eine Blende auf, eine Blende zu, ein Gain-Control, eine Sensorleistung, um jetzt mal diese technischen Begriffe hier reinzubringen, scheinbar alles machbar, vergleichbar mit der historischen Inquisition des Mittelalters, die andere nicht gelten ließ, anders Denkende nicht gelten ließ oder anders Handelnde, sich anders verhaltende Menschen nicht gelten ließ, sondern ihrer Macht unterwarf. Mystisch ist das Wunder jeden Beginns, der Zauber, wenn etwas Neues anfängt, etwas Neues, wie ein Kind, das staunend mit offenen Augen etwas Neues entdeckt und du freust dich, mit diesem Kind zu sein und ihm die Welt zu zeigen. Für mich ist es als Vater etwas ganz Wunderschönes immer wieder auch und etwas Mystisches, dem Kind die Welt zu zeigen und diesen mystischen Zauber damit geschehen zu lassen. Mystisch ist das kleine Wunder frühmorgens im Zwielicht mit der überwältigenden Müdigkeit, die du hast, weil du schlecht geschlafen hast oder gar nicht und übernächtigt bist und trotzdem geschieht dann am Morgen dieses kleine Wunder, ohne dass du damit gerechnet hast, aber du bist einfach offen dafür, im Zwielicht beim Aufstehen. Vielleicht zum Schluss, das sind ja alles nur Gedankenanstöße für das, auch jetzt, ich meine das sehr umfassend in einem psychotherapeutischen Curriculum oder auch darüber hinausgehend. Ich betrachte Psychotherapien, sagte ich an anderer Stelle, auch sage das an anderer Stelle auch immer wieder als etwas sehr, sehr Weites in dem Sinne. Vielleicht zum Schluss dieser Satz, ein Weiser hat mal gesagt, gönne dir deine Panik, gönne dir deine Verzweiflung, sei verzweifelt, sei panisch, hab Angst. Und er hat damit gemeint, dass das mystisch ist, wenn du in den Urgrund deiner Panik gehst, wenn du ihn dir erlaubst, wenn du da durchgehen musst, dann ist es etwas mystisches, weil deine Panik nicht vollkommen erklärbar ist. Und natürlich tun wir alles und jenes in der Verhaltenstherapie oder in anderen Psychotherapien, um diese Panik nicht entstehen zu lassen und unter Kontrolle zu bringen und unter Kontrolle zu ermöglichen, eine Kontrolle zu ermöglichen. Das ist schon klar, aber es hat auch ein gewisses, das ist jetzt vielleicht übertrieben an der Stelle, es hat aber ein gewisses mystisches Moment unsere Störungsphänomenologie, diese Störungsphänomene, die auftauchen, sind irgendwo etwas mystisches.